Beim Tanzfestival Dance Competition platzt die Erich-Wünsch-Halle in Bernau aus allen Nähten. Mehr als 1400 Kinder und Jugendliche sind dabei. Ein Teilnehmerrekord. Sie kommen aus der gesamten Region und aus Polen und tanzen nicht nur gemeinsam um die gold-roten Pokale, sondern auch seit den Corona-Beschränkungen erstmals wieder vor Publikum und einer Jury. Der Besuch des Festivals ist auch morgen kostenfrei.